Hallo, guten Abend. Schönen guten Tag, ich grüße Sie. Hallo, ich bin Sie. Hallo, ich bin Sie. Hallo, ich bin Christina. Was darf denn bei Ihnen gemacht werden? Waschen vielleicht? Waschen? Schöne Frisur? Ja, sehr gerne. Dann kommen Sie mal weg. Wir machen die Waschzähne und die Föhnszähne. Ich darf auch nicht färben. Nein, würde ich auch nicht. Fühlst du meine Beine? Also, die Örne. Szenen machen, wie sie reinkommt oder brauchst du die nicht? Begrüßungsszene? Ja, wenn es ganz schlimm wäre, hätte ich es nicht gemacht. Ich wollte doch gerade sagen, warum habe ich mir extra die Haare nicht gewaschen. Ja, geht's denn. Ich habe angefangen, das Fahrrad zu fahren. Bitte? Was schätzt du denn? Eigentlich nicht. Das war nicht schön. Ja, gestern war auch ein bisschen warm. Weißt du, ich war ja nicht draußen. Gestern habe ich nur geschlafen. Ich habe nicht nur geschlafen. Ich habe mich nur geschlafen. Ich habe mich nur noch einen Schraub. Ich habe mich nur noch einen Schraub.